das ist jetzt unser zweiter versuch die aufgabe zu machen mit den möbeln ich weiß nicht ob es jetzt funktioniert aber wir probieren es einfach mal die leute in der lobby stellt sich natürlich extra stumm wir versuchen halt einfach nur erst mal stück für stück aufgabe für aufgabe zu machen wenn natürlich irgendwas nicht so funktioniert versuche ich das mit euch im stream zu machen aber ich probiere jetzt erst mal alleine also seid mir nicht böse wenn ich euch da jetzt erstmal nicht mitholen natürlich natürlich für euch nachher ja 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 das ist nämlich das problem wenn du mit mit anderen spielst so gucken ob es jetzt klappt so können wir jetzt raus springen auch ja wir können raus springen so man spielt anscheinend mit mehreren teams aber wir probieren natürlich jetzt erstmal die möbel da kaputt zu machen so die möbel sind schon mal nicht alter ist das laut was macht denn die zune geht ja schneller hier als man denkt ja sie ist das denn aber keine panik bekomme ich schon alles im griff also der grundplan ist ja eigentlich erst einmal die möbel kaputt zu machen aber hier gibt es keine möbel aber hier gibt es keine möbel wir müssen ich denke mal die aufgabe wird es schon doch ändern also nicht Alter, das ist ja richtig krank ey So, wiederbeleben tun wir auch einen Junge, Junge, Junge Ah Hallo? So kann ich hier nicht bauen. Ist hier nirgendwo eine glatte Fläche? So kann man hier nicht bauen. So kann ich hier rein. So kann ich hier nicht anwerfen? Der Schiefer ist wichtig. So kann ich hier nicht aukihaben. Ich weiß nicht alles. So kann man hier nicht bauen? So kann ich hier wenigstens einfach. So kann ich hier nicht einmal geben. So kann ich hier nicht vasz uns. So kann ich hier nicht bei diesen Spielern stein werden? das ist mal ein event und schneller okay Ah, der Schwachpunkt ist auf der anderen Seite. Oh, EP gibt das natürlich ohne Ende, ey. Komm, latscht er danach. Boah, was baut er denn? Aber Schaden machen die nicht viel. Die kann man doch eigentlich auch kaputt machen. Na, Tomas, Männer, na. Ja, klar, alles, klauen die mir. Na komm, gib mal wieder einen Schwachpunkt her. Ja, inzwischen haben wir uns alle so weit verstanden. Was sterben die denn alle, ey? Ich bin doch nicht einmal gestorben. Boah. Jetzt aber. Boah, Schwachpunkt hatte ich schon mal gar keine zur Zeit. Aber wer schießt das denn hier? So. Wie lang lebt der denn? Ist er jetzt zerstört? Metz wäre mal nicht schlecht hier. Weil anstatt die einfach die Dinger kaputt schießen. Sucht er sich immer einen aus? Ja. Dann immer wieder ein paar Metz. Ah, mit dem Schaden muss ich auch ein bisschen auffassen. Ich weiß, es ist extrem laut. Ich weiß, es ist extrem laut. Ja, wie lange lebt der denn, ey? Wieder keine Metz? Boah, ey. Oh, nee. Jetzt hat's mich erwischt. Uiha, ey. Das Event hat's mal in sich. Also man sollte halt immer hinter dem stehen. Die Troppen aber auch nix vernünftiges. Oh, jetzt mal. Nein, nein, nicht auf mich. Ich krieg einfach keine Metz zusammen. Ah, jetzt. Viel Zubild von mir. Okay. Puh. Also diesen Strahl sollte man definitiv nicht abkriegen. Das ist glaube ich die letzte Phase. Oh, ich will kaum noch leben, ey. Nein, nicht auf mich. Geh weg. Ich muss hier echt aufpassen, ey. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Kann ich mal eine aufheben? Komm. Komm, hebt mich auf. Fuchs. Fuchs. Ehrenmann. Fuchs. Fuchs. Okay. Also man kann sogar sterben in dem Event. Es werden ja wohl schaffen, aber ich schätze man das zählt nicht, dass ich es geschafft hab. Das ist schon geil Mit 15 Minuten und 8 Okay Also da gibt es dann Rekorde zu brechen Alter Das ist mal ein richtig heftiges Event Aber mit Möbeln und so Müsse ich halt erstmal gucken Aber das lade ich dann hoch als ersten Sieg Also das Event ist wirklich Der Kracher Mal gucken ob ich jetzt noch den Rekt in Den Kleider bekommen wir erst wenn wir die Aufgaben haben Ne wir haben ihn jetzt schon Wie geil ist das denn Den Kleider werden natürlich jetzt alle haben wollen Und ich habe ihn schon So Dann würde ich sagen Werde ich gleich nochmal weiter gucken Und für euch irgendwie gucken Dass ich die Aufgaben hinbekommen Und in dem Sinne sage ich erstmal Haut rein Und vielleicht bis nachher Also ich denke mal schon auf jeden Fall Also bis dann